Kapitel 22 Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, welches man Passa nennt. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Ischariot, der aus der Zählung der Zwölf war. Und er ging hin und besprach mit den hohen Priestern und den Hauptleuten, wie er ihnen Jesus ausliefern wollte. Und sie wurden froh und kamen überein, ihm Silber zu geben. Und er versprach es und suchte eine gute Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie auszuliefern. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, da man das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, Geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen. Sie aber sprachen, Wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, Siehe, wenn er in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt. Dem folgt in das Haus, in das er hineingeht, und sprecht zu dem Hausherrn, der Lehrer lässt dir sagen, Wo ist die Herberge, in der ich das Passa mit meinen Jüngern essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern belegten Obersaal zeigen, da selbst bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passa. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die zwölf Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde keinesfalls mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Königreich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde hinfort nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Königreich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, Aber wehe jenem Menschen, durch welchen er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, Welcher von ihnen es wohl wäre, der solches tun würde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, Wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sagte zu ihnen, Die Könige der Nationenvölker herrschen über sie, Und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Doch bei euch sollte es nicht so sein, Sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste, Und der Gebieter wie der Diener. Denn wer ist größer? Wer zu Tisch sitzt? Oder der Diener? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Diener. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und ich vermache euch das Königreich, wie mir mein Vater es vermacht hat, Dass ihr an meinem Tisch in meinem Königreich essen und trinken Und auf Thronen sitzen sollt, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, Der Satan hat euch begehrt, um euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gefläht, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Ich sage dir, Petrus, Der Hahn wird heute keinesfalls krähen, Ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen, Als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Sandalen, Hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen, Nichts. Nun sprach er zu ihnen, Aber jetzt, Wer einen Beutel hat, Der nehme ihn gleicherweise auch die Tasche. Und wer es nicht hat, Der verkaufe sein Obergewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, Auch dieses Schriftwort muss sich an mir erfüllen. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was sich auf mich bezieht, Das geht in Erfüllung. Sie aber sprachen, Herr, siehe, Hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, Es ist genug. Und er ging hinaus Und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, Sprach er zu ihnen, Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, Ungefähr einen Steinwurf weit, Kniete nieder, Betete und sprach, Vater, Wenn du die Absicht hast, So trage diesen Kelch weg von mir. Doch nicht mein, Sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er befand sich im Ringen und betete inbrünstiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, Fand er sie schlafend vor Betrübnis. Und er sprach zu ihnen, Was schlaft ihr? Steht auf und betet, Dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Während er aber noch redete, Siehe, da kam eine Schar, Und der, welcher Judas hieß, Einer der Zwölf, Ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, Um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Sohn des Menschen. Als nun seine Begleiter sahen, Was da geschehen sollte, Sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des Hohen Priesters Und hieb ihm das rechte Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach, Lasst ab, es reicht. Und er rührte sein Ohr an Und heilte ihn. Es sprach aber Jesus zu den Hohen Priestern Und Hauptleuten des Tempels Und den Ältesten, Die an ihn herangetreten waren, Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen Mit Schwertern und mit Stöcken. Als ich täglich bei euch im Tempel war, Habt ihr die Hand nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde Und die Vollmacht der Finsternis. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, Führten sie ihn ab Und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da sie aber mitten im Hof an Feuer Angezündet hatten und beisammen saßen, Setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, Schaute ihn an und sprach, Der war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn ein anderer und sprach, Du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde Bekräftigte es ein anderer und sprach, Wahrhaftig, der war auch mit ihm, Denn er ist ein Galileer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, Kräte der Hahn. Und der Herr wandte sich um Und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus An das Wort des Herrn, Das er zu ihm gesprochen hatte, Ehe der Hahn kräht, Wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus Und weinte bitterlich. Die Männer aber, Die Jesus festhielten, Verspotteten und prügelten ihn. Sie verhüllten ihn, Schlugen ihn ins Angesicht, Fragten ihn und sprachen, Weiß, sage uns, wer ist, Der dich geschlagen hat? Und viele andere Lästerungen Sprachen sie gegen ihn aus. Und als es Tag geworden war, Versammelten sich die Ältesten des Volkes, Die hohen Priester und Schriftgelehrten Und brachten ihn herauf Vor ihren hohen Rat. Und sie sprachen, Bist du der Christus? Sage es uns. Er aber sprach zu ihnen, Wenn ich es euch sagte, So würdet ihr es keinesfalls glauben. Wenn ich aber auch frage, So würdet ihr mir keinesfalls antworten. Oder mich freilassen. Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen Zur Rechten der Macht Gottes. Da sprachen sie alle, Bist du also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen, Ihr sagt es, Denn ich bin es. Da sprachen sie, Was bedürfen wir ein weiteres Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Na,